Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Alupuri. Alupuri ist ein indisches Fladenbrot aus Kartoffelteig. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Ungeschälte 300 bis 350 Gramm mehlige Kartoffeln ergibt ca. 250 Gramm mehlige, geschälte Kartoffeln. 500 Gramm Weizenmehl Type 405 Ca. 60 bis 70 Milliliter Wasser 1 bis 2 Teelöffel frisch gemahlenes Meersalz 1 bis 3 Esslöffel Butterschmalz oder Ghee Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, große Pfanne, Schüssel, Nudelholz, Kartoffelpresse, Küchenpapier, Pinsel. Zubereitung Die Kartoffeln waschen, schälen, halbieren, ca. 40 Minuten in Salzwasser in einem Topf gar kochen, heiß durch die Kartoffelpresse drücken, etwas abkühlen lassen, zu einem Kartoffelpüree verarbeiten, das Mehl und Salz zum Teig geben. In einen Topf, das Wasser lauwarm werden lassen. Unter schluckweiser Zugabe von Wasser, den Teig ca. 10 Minuten mit den Händen verkneten und zu einem nicht zu trockenen Teig verarbeiten. Den Teig ca. 1 Stunde ruhen lassen. Aus dem Teig 18 bis 26 Kugeln formen, die Größe eines Golfballes. Mit dem Nudelholz auf einer bemehlten Arbeitsfläche die Kugeln rund auswählen, Größe einer Untertasse. Das Fett in der Pfanne heiß werden lassen. Portionsweise in Fett goldgelb ausbacken und danach wenden. Zwischendurch immer wieder einmal die einzelnen Fladen mit Fett einpinseln. Die Alupuri sollten aufgehen wie ein Ballon. Die Puri nur ganz kurz auf Küchenpapier zum Abtropfen geben. Sofort servieren. Besonders lecker als Beilage zu indischen, pakistanischen Gerichten und Gerichten aus Sri Lanka. Ideal zu milden bis sehr scharfen Currygerichten, diversen Sambels. Diese Varianten gibt es Nahn, Tandoori, Chapatis, Chapatis, Puri, Parata, Pitu aus Sri Lanka, Rotes aus Sri Lanka oder Rotes mit Zwiebeln. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit! Was ist niemals eine große große Dome? Also wir haben die Bauer, die Bauer aus der Karten. Wir haben die Beilage, die Zwiebeln hat, die Zwiebeln hat. Wir haben eine große Rolle, dass wir viel hier sein. Die Zwiebeln hat den Karten zu scharfen.